Man merkt, der Gegner ist nicht in mein Stadion gefahren, um zu spielen. Nimm den Info, okay. Okay. Wieder? Ganz ernst, lieber Intro der Hand, das sind 81. Wenn du zwei brauchst, dann brauchst du beide Anstrengungen. Alter, klipp das mal, Jungs. Tja, wer FIFA Deutschland guckt, sollte das wissen. Sportfrei Jungs, grüße gehen ab. Was ist denn auf? Ich bin gefahren. Ein Zuschauer von mir spielt gegen einen Dortmund-Profi. Oh mein Gott, was? Tega, was? Dicke, ich hab einfach Aua gezogen. Was? Das, Dicke, das pfeift er ab, Dicke. Ich bin im Strafraum. Im Strafraum bin ich drin. Dicke, das kann nicht sein, dass es so gescriptet ist, Dicke. 4, 4, 3, 2, 1. Alle rauf, alle rauf, alle rauf, alle rauf! Ich lass mich wieder schießen! Lass mich wieder schießen! Lass mich wieder schießen! Lass mich scheiße gewinnen! Lass mich nicht mehr schießen! Ne? Datt ist... Datt ist natürlich so ein Ding, ne? Also... Hmm... Ne? Also... Ich hasse diese Pässe, ne? Das ist so ein sinnloser Pass, man. Wie kann man sowas programmieren? Gegentor, danke, hey. Gegentor wegen dem Spiel. Den ist ein dreckigen Pass oben, Alter. Den kein Mensch nicht mehr in der Kreisliga-Tesu spielen würde, ey. Ja, 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 ja. Los jetzt. Atal, Atal. Sehr geil. Jawohl. Geil. Der Spiel ist so schlecht, ne? Ich glaube, er quittet. Das Spiel ist so schlecht. Nee, der quittet nicht. Ja, so schlecht, das Spiel, ne? Alter, der haut ab. Lul. Ja, der war vollkommen am Ende. Bitte, pfeif nicht ab, Ref. Pfeif nicht ab. Romago spielt. Über außen. Romago spielt, bring den Ball, bitte. Nicht abpfeifen. Ref. Oh, oh. Was? 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 Was war das? Wirst du rausgeworfen? Das wird mir sicher ein spannendes Spiel. Oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, hier machen wir 17, weil Moukoko als nächstes 17 wird. Kapi, rein da. Oh mein Gott, oh mein Gott, Jungs. Ich bin halt... Ich habe ihn gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin raus. Ich kann fallen. Nein! Halt die Fresse! Ja, Bruder, was soll man machen mit so einer Mannschaft, Digga? Hat einfach einen Traktor oder einen Sturm, Digga? Ist keine Fresse, Bruder. Da wird sich ja nicht ab. Er hat... Er hat... Er hat abgepfiffen. Spiel den Ball. Da holt sich Messi den Ball. Wieder grün. Spanien. Diago! Diago! Wuhu! Boah! Boah! Ja! 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 Geil! Feister, Feister! Digga! Maschallah, ey! Yes! Und das Geile an Rui Costa ist, er hat noch Stärke. Egal. Auf Rech. Hubi! Ich hasse... Es, ich hasse meinen... Digga, Alter! Behindert, oder was? Entschuldigung. Du hast das Handy aus der Hand geschlagen, ey. Du hast direkt mal mein Display bezahlen können, ey. Und mach doch dein Handy nach. Ja, sorry, Alter! FIFA ist das beste Spiel aller Zeiten, von der besten Firma aller Zeiten. Auch super, dass die hier nicht beim Teambuilding direkt als Bedingung gemacht haben, dass jeder ein Torwart sein muss. Wie kann man so blöd sein, man? Diese... Was sind solche Spasten? Ah! Es reicht, Digga! Junge! Gut gesehen, Vorteil hier. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Ja, das war genau richtig. Ist es das? Ah! Auch hier haben wir Marock und da haben wir einen Foot Birthday Spieler. Endlich! Und da haben wir Atal. Sehr, sehr nice. Freut mich übelst. Gibt dir so gute Spieler und du weißt das nicht zu würdigen. Du liegst die 3-0 hinten. Ne, 2-0. Einfach ein Insan, der zum Glück nach Trikot war... Ah, das ist gut. Das ist... Das ist gut. Ja, Digga. Das hat Ole jetzt so hart gefeiert. Ole sieht das nicht. Freddy, mach mal bitte einen Clip für Ole. Wir müssen ihm das gleich nachträglich zeigen. Der wird das so hart feiern. Oh, schade. Maradona... Der Pass kommt zu Messi. Huh! Foot Birthday! Frankreich? Frankreich! Frankreich! Das Sambia! Das ist doch geiler. Frankreich! Nicht schlecht. Also das ist so grünlich. Ach der Walkout. Und 90er Manni! Und Rashford! Alter! Für das deutsche Vaterland! Reinigkeit und Recht und Freiheit! Das deutsche Vaterland! Das deutsche Vaterland! Wo sind die Eimanns-Chat? Das ist noch leer! Ich bin das Norddeutsche. Ich bin das. Heu und Schüler von der anderen Manni! Die Krüche! Das Modell von der anderen Manni! Ta'alan.